Ich höre irgendwie hier so ein leichtes Rauschen. Wie auch immer, hallo, herzlich willkommen. Ja, ihr seid jetzt hier richtig zu meinem kleinen Vortrag mit dem kurzen, knackigen Titel Lass dein Computer die langweiligen Sachen machen, Automatisierung beim Frontend-Coden. Also es geht um Automatisierung und es geht darum, wie wir uns als Entwicklerinnen, Entwickler so ein klein bisschen die Arbeit wenig leichter machen können. Das ist so quasi das grobe Thema, was ich hier so vorgebe. Ganz schnell noch zu mir ganz kurz. Also mein Name ist Heiko Mamro. Ich bin Frontend-Entwickler und mein Spezial-Hauptgebiet sind Themes, beziehungsweise ich erstelle normalerweise individuelle Themes. Also meine Themes kann man leider nicht im Repository irgendwie finden. Ich mache das wie vielleicht die meisten auch für Kunden direkt. Und ja, ich bin WordPress-Genießer. Ich habe ganz zum Anfang, als ich mich, ich glaube 2012 war das, da habe ich mich selbstständig gemacht und da habe ich mal im Überschwangen mich als WordPress-Experte bezeichnet, bis ich dann 2012 zum ersten Mal bei einem, damals hieß es WP-Camp, war und dann die echten Experten kennengelernt habe. Seitdem möchte ich dieses Wort nicht wieder auf mich beziehen, sondern ich bin WordPress-Genießer. Ihr seht auch richtig das Dollarzeichen ganz klar, ich betreibe oder ich beschäftige mich mit WordPress nicht, weil ich Langeweile habe oder weil ich in irgendeinem Kegel-Club bin und da die Vereins-Webseite manage, sondern tatsächlich einzig und allein, das gebe ich ganz ehrlich und offen zu, um meinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Das ist für mich WordPress. WordPress ist für mich einfach eine Geschäftssache und darum bin ich sehr froh und sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, zum Beispiel hier an so einem WordCamp auch mal so ein bisschen, ja, vielleicht einen kleinen Impuls oder eine kleine Anregung mal an die Community, an euch zurückgeben zu können. Ganz einfach, ich meine, WordPress Open Source kostet nichts und ich verdiene mein Geld damit. Ich nehme einfach mir das Ganze entgegen und wenn ihr selber Entwicklerinnen und Entwickler seid, ihr wisst, WordPress ist ja nicht irgendwie drei Zeilen Code, da steckt eine Menge Schweiß und Blut und Tränen dahinter und ja, wir sind auch nicht umsonst das größte, beste, schönste Content-Management-System von der Welt. Aber das ist es ja nicht irgendwie geworden, weil es vom Baum gefallen ist oder weil es irgendwie natürlich gewachsen ist, sondern viele, viele fleißige Hände haben daran gearbeitet oder arbeiten halt immer noch dran und so jemand wie ich, der Nutznießer ist, sollte auch auf irgendeine Art und Weise mal versuchen, der ganzen Sache etwas zurückzugeben. Das ist so meine Moral sozusagen, was mich so betreibt. Aber ihr werdet ja auch nicht hier, wenn ihr das nicht auch in irgendeiner Weise, also schon allein hierher zu kommen, ist ja auch schon ein Statement bzw. ist ein Beitrag für die Community, also ist ja nicht so, dass man als Zuhörer oder Zuhörerin auch nur Nehmer, Nehmerin ist, sondern auch das ist schon etwas, was man gibt. Und ja, klar, ich komme aus Berlin, ich lebe dort, bin dort sehr gerne, zum allerersten Mal in Nürnberg, in Franken, ja, ist auch nicht schlecht. Nee, das war jetzt nicht, bitte nicht abwertend oder so gemeint, sondern, also ich habe tatsächlich gestern, als ich ankam, ja, Kulturschock ist ja so ein bisschen, aber man kommt so aufs Land und das ist alles so friedlich und so ruhig, das ist schon etwas anderes. Ich wohne im Prenzlauer Berg, Schönhauser Allee und so weiter, wenn ihr das kennt, da ist einfach rund um die Uhr, bitte, da brennt die Luft, ist nicht nur dreckige Luft, da brennt auch die Luft oder sie ist so dreckig, dass sie brennt. Und ja, bevor es richtig losgeht, eine Warnung an alle, Automatisierung und so weiter, und wenn ihr euch mit diesen ganzen Themen vielleicht auch schon so ein bisschen beschäftigt, sonst werdet ihr ja wahrscheinlich hier, habt ihr wahrscheinlich ein bisschen Blut geleckt, mehr oder weniger, und habt ihr ein bisschen eine Hoffnung oder irgendwas, dass fortan, wenn ihr euch der Sache annehmt und das ein bisschen macht und tut und beherrscht, vielleicht euer Leben besser, schöner, leichter wird und so weiter, dass er euch vermittelt, es ist nicht einfach und das habe ich fett und rot und unterstrichen und alles, was ein Designer ganz bestimmt nicht macht, gemacht, einfach um das mal hervorzuheben. Es geht hier nicht darum, irgendwie, oder es ist nicht einfach, seinen Workflow, um den es ja letztendlich geht, überhaupt erst mal zu identifizieren, was mache ich da den ganzen Tag, die meisten, behaupte ich immer so fast, Entwicklerinnen, Entwickler wissen das gar nicht, die machen halt irgendwas, das so ein bisschen zu strukturieren und dann zu gucken, okay, wie kann ich das effizienter gestalten und so weiter, da ist schon eine Menge Grips dahinter und last not least natürlich die eigentliche Technologie, die da immer dahinter steckt. Ja, das ist nicht einfach, also auch wenn die das alle auf ihren Websites groß hinschreiben, wenn du dieses Tool benutzt, keine Ahnung, dann wirst du Millionär oder du machst alles im Handumdrehen und kannst noch einen zweiten Job machen oder so, absolut nicht, absolut nicht. Es wird eher noch komplexer, komplizierter, weil jetzt die Frage, warum macht er das denn eigentlich, also ich für meinen Teil, ich habe angefangen, also bewusst sozusagen zu automatisieren diese Sachen, die ich jetzt gleich erklären möchte, es war irgendwann 2010, 2011, lief mir das so über den Weg und ich fand das spannend, verlockend, ganz klar, es schien einfach zu sein und ich dachte, okay, dann wird das besser bei mir, habe das dann schnell begriffen, dass es nicht einfach ist, aber habe allein schon, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, viel mehr gelernt und bin auch, aber vielleicht auch ein bisschen weitergekommen in meiner Entwicklung. Okay, also habt ihr jetzt schon mal mitgenommen, die wichtigste Lektion eigentlich, es ist nicht oder es wird nicht einfach, wenn man sich damit beschäftigt. Noch ganz kurz, also Fahrplan, mein Vortrag hat drei Teile. Teil 1, die langweiligen Sachen, also das, was wir uns so ein bisschen vereinfachen oder verbessern können. Teil 2 ist dann die Automatisierung, wo ich ein bisschen, also keine Angst, das wird nicht zu theoretisch, aber so ein bisschen was erkläre, was man da eigentlich machen kann und welche Konzepte man dann da letztendlich verfolgen kann und last not least natürlich das wahrscheinlich Wichtigste für euch, wie macht man es, wie geht das, was muss ich da tun. Also das ist unser Programm, fangen wir an. Lass die langweiligen Sachen deinen Computer machen. Was sind die langweiligen Sachen? Was können wir in unserem Fall sozusagen, wo können wir anpacken, was können wir so für viele Sachen machen und da habe ich, ursprünglich hatte ich gedacht, ich habe mir so einen Keylogger installiert auf meinem Arbeitsrechner. Keylogger, kennt ihr vielleicht, das ist ein Programm, wo man seine Tastatureingabe loggen kann. Also es gibt so ein Log-File und da steht dann drinnen hier Alt F5 oder irgend so was, was ihr da gerade klickt. Nimmt das Ding auf und dann habe ich mal so versucht, eine Statistik zu machen, um tatsächlich mal den echten Mehrwert zu messen. Ich meine, alle sagen, ja es ist besser und ich spare und dies und jenes, habe das versucht. Es ist einfach aus tausend Gründen bei mir gescheitert, aber das, was ich in meinen Tests entdeckt habe, spiegelt sich hier jetzt so ein bisschen wider und ich möchte mal sagen, das ist auch so 300 Prozent von dem, was ihr, also ich gehe mal davon aus, ihr beginnt mit solchen, mit der Automatisierung, dann ist das schon 3, 4, 500 Prozent von dem, was ihr vielleicht eigentlich macht. Aber ich habe mir so die Highlights mal rausgepickt. Und Highlight Nummer 1, eigentlich brauchen wir gar nichts anderes zu erzählen, ist, und das war auch in meinen Messungen, eindeutiger Sieger, Browser aktualisieren. F5, 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 F5. Hunderten Mal oder vielleicht irgendwie noch viel mehr, macht man das den ganzen Tag, weil, klar, wir arbeiten an einem Theme und wir schreiben am Code und am Ende müssen wir ja gucken, okay, ist denn jetzt mein CSS, was ich da so entwickelt habe, wirklich so awesome, wie ich glaube oder sind die Boxen jetzt irgendwie zu weit, zu links, zu rechts oder was auch immer, ja, und man muss es halt immer kontrollieren. Und da ist es natürlich praktisch, wenn man dieses Aktualisieren automatisieren kann. Aber vielleicht kennt ihr das schon, ich nehme mal an, ihr arbeitet mit was auch immer für tollen Editoren, Entwicklungsumgebungen, die bringen schon rudimentär solche Automatisierungen mit, das ist super, also wenn ihr sowas benutzt, klasse, aber das geht noch viel besser, das geht noch wesentlich besser, weil, also was ihr macht, was ich mache, wahrscheinlich selber, heutzutage geht nichts mehr ohne Responsive Design, ist klar, das ist Standard, da reden die Kunden schon gar nicht mehr drüber, das erwarten die einfach. So, und wenn ich Responsive Design entwickle als Frontend-Coder, was habe ich denn da? Habe ich da einen Browser? Habe ich da ein Endgerät? Nee, also ich habe nachgezählt, bei mir sind es sechs, in der Grund, wenn ich halt nur mal so entwickle, ja, dann sind das sechs Geräte. Ich habe meinen Entwicklungsmonitor, so eine Standard-Desktop-Auflösung, ich habe iOS, ich versuche mal jetzt hier keine Namen zu nennen, aber ihr wisst ja sowieso, was ich meine, iOS, zwei Geräte, also Smartphone als auch diese Tablets, ich habe manchmal auch noch, brauche ich den Safari sozusagen noch auf, was ist denn das für ein Gerät, Mac OS X oder so? Also, ich habe die ganze Mac-Reihe, weil die meisten Kunden von mir, wenn die sich ihre Seiten und ihre Sachen angucken, die haben sowieso nur ein iPhone oder ein iPad, jetzt habe ich es doch gesagt, und das brauche ich, da muss ich jedes Mal gucken. So, und ich habe aber natürlich auch Kunden, die haben Android, Android ist ja nur nicht zu vernachlässigen, und da gibt es aber auch jede Menge Smartphones und da gibt es auch jede Menge Tablets. So, und dann habt ihr einfach mal da so Minimum sechs, oder, also ich habe aufgehört, ich kaufe mir nichts mehr, ich habe die Grenze einfach erreicht, auch der Schreibtisch geht ja alles gar nicht mehr da rauf. So, und dann habt ihr im schlimmsten oder im besten Fall sechs Browser, die ihr mal eben schnell hier, was weiß ich, with von 100 auf 120 Prozent, so, passt das jetzt noch irgendwie auf die Reihe und dann gucken wir mal nach und dann macht ihr dann sechs Mal F5 und dann passt es nicht, oh, ich muss noch wieder ein Pixel abziehen, zack, nochmal wieder sechs Mal F5 und so weiter und so fort, oder ihr wollt sehen, okay, der Header ist in Ordnung, aber Moment unten, ich muss ja im Footer, ist der jetzt auch noch bündig oder irgend sowas, dann scrollt ihr sechs Mal und da gibt es wunderschöne Tools oder ein wunderschönes Tool, wunderschönes Tool, womit ich mit irgendeinem von meinen sechs Geräten, wenn ich da scrolle, dann scrollen die anderen auch gleich mit. Wäre sehr schön jetzt, das hier mal zu zeigen, aber das hätte ich jetzt irgendwie eine riesen Anlage aufbauen müssen, aber ich glaube, ihr wisst sozusagen, worum es geht, ja, also man erspart sich da eine Menge Arbeit und das kann ich nur mit solchen Tools, mit so einer Software erreichen, ja, also sobald ich halt irgendetwas editiert habe in meinem Code, und aktualisiert sich der Browser automatisch, okay, aber das ist nicht nur ein Browser, sondern alle Browser, die in meinem Netzwerk sind, die aktualisieren, die diese Seite aufhaben, aktualisieren sich genauso und wenn ich da auf einer Seite scrolle, scrollen die anderen auch gleich mit, ja, also einwandfrei und dann könnt ihr auf der einen Seite, könnt ihr gucken, okay, ist das Menü jetzt Dropdown auf dem Desktop in Ordnung und gleichzeitig seht ihr das, wie das auf dem Smartphone in der mobilen Navigationsvariante dann aussieht, ja. Also wie gesagt, Browser aktualisieren, das reicht eigentlich schon und das, finde ich, ist auch die beste Einstiegsdroge für diesen Bereich hier. Dann gibt es noch Beautifying und Uglifying, sekundig, was man machen kann, formatieren, Prefixe setzen, linden, deployen, zusammenfassen, reden und so fort, erkläre ich da noch kurz, aber du hattest noch eine Frage. Ja, ich denke, die meisten kommunizieren das auch, dass man dann nicht nur einen Tag aufhört, sondern man kann beim Arbeiten, wenn man schnell kann sich aufhört. Und wenn jetzt der Browser mal kurz alle jetzt an sich kann sich aktualisieren will, das wäre ein bisschen viel und vor allem auch mehr aufhört, wenn man jetzt vielleicht nicht aktualisiert hat, wenn man vielleicht eine Entwicklungskontrolle schon mal, wo man Fixes gemacht hat, um die Rekunden zu können, wo ist da dann die Logik, dass die unbestimmte Kette dann quasi... Nee, es wird die ganze Seite, also der Browser, das Fenster wird aktualisiert. Die komplette Seite wird aktualisiert, wenn du sie... Also F5 einfach. Bitte? Also nur der eine Tab. Nicht, wenn du jetzt noch 20 andere Fenster und auch nur... Du hast dann eine... Das kann ich dir nachher noch sehen. Eine URL, die hast du in deinem Browser drin und diese URL, die wird dann automatisch aktualisiert. Vielleicht noch Beautify, Uglify, das sind auch sehr schöne Sachen. Zum einen, also das ist aber so individuell, bei mir ist das so, CSS, wenn ich da eine Class bestimme, dann muss das alphabetisch sein bei mir. Ich werde wahnsinnig, wenn das irgendwie so ein bisschen durcheinander ist oder ich finde das dann auch nicht mehr so gut. Also ich brauche diese, das ist bei mir so drin. Und wer will dann jedes Mal A, B, C, kommt das jetzt Margin for Padding oder Padding for Margin, solche Sachen, ja, in welcher Reihenfolge ist das? Und da muss ich mich überhaupt nicht drum kümmern. Ich schreibe das nur irgendwie rein, an die Stelle, wo ich es gerade denke, irgendwie, zack, und wenn ich das dann speichere, sortiert mir das Ding automatisch das nach dem Alphabet. Also das ist für mich Beautifying, man kann auch, okay, Einrückung und so weiter, aber das können eure Editoren sowieso. Und Uglifying meint nichts weiter, ja, dass wir, meistens im JavaScript, dass wir dann bestimmte Namen abkürzen können, A, B, C, 1, 2, 3 und so weiter und jetzt nicht mehr mit irgendwelchen langen Namen haben. Plus, gerade beim Uglifying oder auch beim, habe ich das hier überhaupt aufgeschrieben, Minifizieren, also wenn ich meinen CSS oder JavaScript-Code minifiziere, zusammenpacke, alle Einrückungen rausnehme, alle Leerzeichen rausnehme und so weiter, dass ich dann, ja, wenn ich dann im Browser angucke den Code und habe da irgendeinen Fehler und finde den jetzt, kann den Code ja gar nicht mehr lesen, weil das alles so zusammengequetscht ist, dann natürlich eine Codemap, also so ein Map gleich mitzuerzeugen, das machen diese Tools alle wunderbar. Linting testen ist klar, also wenn ich dann irgendwie einen Syntaxfehler habe und speichere, dann findet das Programm das, entweder korrigiert mir das Programm das oder zumindest weist es mich darauf hin, Achtung, du hast hier ein Semikolon vergessen oder Achtung, die Klammer ist nicht zu oder irgend sowas. Deployment, können wir nachher vielleicht noch sehen, habe ich mir auch erst in diesem ganzen Zusammenhang angewöhnt. Früher habe ich das quasi alles in ein Verzeichnis geschmissen und habe darin meditiert. Das mache ich schon lange nicht mehr, sondern ich habe ein Deployment-Dev oder Entwicklung halt, dort schreibe ich halt, oder dort entwickle ich, dann habe ich ein verzeichnendes Bild oder eben Test habe ich jetzt hier genannt, wo ich den Code veröffentliche für meine Testumgebung und später dann für den Client kann ich das noch auf seinen Web-Server hochladen. Da lade ich dann wirklich nur die Dateien, da landen nur die Dateien in dem Format, wie sie beim Kunden auch sein sollen und nicht noch irgendwelche Zwischenversionen oder irgendwelche überflüssigen Sachen, sondern der Kunde kriegt wirklich nur den Code, den er auch erwarten kann. Das ist sozusagen beim Deploy. Zusammenfassen, ja gut, das kennt ihr auch, Performance, Best Praxis, also wenn ihr noch nach alten HTTP-Standard 1.1 und 1.0 arbeiten müsst, dann ist es sehr gut, die Requests zu vermindern, das heißt, seine JavaScript und CSS-Dateien und wenn ihr Bilder habt und so weiter, das alles zusammenzufassen, auch das kann man wunderbar automatisieren, da muss man jetzt irgendwie nicht dran denken, dass man dann hinterher, wenn man Deployt, dann noch schnell das ganze JavaScript irgendwie zusammen copy-and-pasted. So habe ich ganz früher das gemacht, by the way, ja, also ich weiß, wovon ich da rede. Redundanz, auch klar, wir haben, was weiß ich, Starware-Theme, da ist ja das Erste, was kommt, ist halt so ein globales Reset und dann fangen wir drunter oder danach sozusagen an, irgendwelche CSS zu definieren und dann haben wir irgendwelche Class-Klassen oder irgendwelche Elemente, Tags, haben wir dann doppelt und dreifach. Da sagen wir erst Margin 0 und beim nächsten sagen wir dann, ja, aber jetzt Margin 10 oder so und dann wird dieses 0 überschrieben und es gibt quasi Programme, die können solche Redundanzen erkennen und schmeißen mir das aus dem Code raus. Dadurch wird das CSS-File in dem Fall kleiner, leichter und schneller eben die Seite. Auch sehr schön, Umrechnung, ganz beliebt, Pixel in EM, in RAM, in Prozent, in was auch immer, kann man ja gar nicht leisten, also wer will jetzt jedes Mal irgendwie mit dem Taschenrechner daneben sitzen und da irgendwelche Sachen umschreiben, das ist sehr schön zu automatisieren. Die ganzen Pre-Prozessoren, also LAS und SAS kann ich darüber laufen lassen, Bilder optimieren, also ich habe hier irgendwelche Background-Images für mein CSS und lade da irgendwie das JPEG hoch und das Ding kann das dann nochmal so weboptimieren. Ja, und LAS gehört irgendwie mit dazu, CSS-Sprites, also ich habe irgendwie eine Handvoll Background-Images und möchte eben den Request vermindern, also packe ich die in ein File und dann muss ich dann irgendwie mein CSS darauf abstimmen, das kann man auch automatisieren. Also ich brauche bloß in das Verzeichnis Image meine Bilder ablegen und den ganzen Rest, die Zuweisung, das macht dann ein Tool für mich. Also das sind die langweiligen Sachen, aber die sind sehr wichtig und langweilig ist jetzt auch nicht abwertend gemeint, sondern das ist ja einfach nur Dinge, die wir sozusagen den ganzen Tag machen und eigentlich haben wir was ganz anderes im Kopf. Wir haben ja ein Konzept, okay, die Website soll so und so werden oder wie kriege ich das jetzt hin, das mit, keine Ahnung, der Kunde wünscht kein JQuery, der will nur reines JavaScript oder der will überhaupt kein JavaScript für die Funktion, das soll ich in CSS leisten, oh Gott, oh Gott, wie mache ich das jetzt am besten und wenn ich mich dann noch darüber hinaus mit solchen Sachen beschäftigen muss, too much, also für mich too much. Also hier nochmal, was ich so mit langweilig meine, also alles, was sich irgendwie wiederholt, jedes Muster in meinem Arbeitsprozess, ja, alles, was ich mindestens zweimal mache, kann ich schön optimieren. Ganz klar, irgendwann kommt dann auch mal der Faktor Zeitaufwand, aber das ist später. Manchmal kann es sein, dass es zum Anfang länger dauert, sein Tool da zu konfigurieren und das alles so ordentlich hinzubekommen, dass es dann auch das tut, was es tun soll, aber das kommt natürlich auch hinzu und ein wichtiger Teil ist natürlich die Fehlerquelle, die ich dann habe, gerade wenn ich das manuell alles erstelle und dann vergesse ich es mal oder ich überspringe irgendetwas, da schleichen sich schnell Fehler ein. Wenn ich das automatisiert habe, geht das nicht. Sobald ich speichere, sobald ich irgendein Task, sozusagen eine Aufgabe definiert habe, dann, wenn die Bedingungen zusammenkommen, dass diese ausgeführt wird, wird die ausgeführt. Da muss ich mich nie wieder in dem Sinne dann drum kümmern. Oh, jetzt kommt hier irgendwie so eine leere Seite. So, Automatisierung. Und wenn wir Automatisierung reden hier in diesem, beim Coden, beim Frontend-Coden, dann reden wir hauptsächlich von sogenannten Task Runner. Ein Task Runner, eine schöne Definition gefunden, die das eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt, das ist von Grund, also ist halt etwas, womit ich meine wiederkehrenden Abläufe beziehungsweise Prozesse automatisieren kann und hier wird dann nochmal so Minification, also all die Dinge, die ich zwei, drei, x-mal mache, kann ich mir abnehmen lassen und das, was mir das abnimmt, nennt man halt ein Task Runner. Ich habe mir so als Beispiel gedacht, der Robot passt da ganz gut, was wie ein Task Runner im Prinzip funktioniert, kann ich sagen, also ich habe einen Sohn zu Hause und mein Sohn hat eine Aufgabe, einen Task, hat von mir eine Aufgabe oder von uns eine Aufgabe bekommen und zwar ist er verantwortlich dafür, den Geschirrspüler aus- beziehungsweise einzuräumen. Das ist sein Task, den muss er ausführen. Na gut, der ist eigentlich alt genug, 14 Jahre, da sollte das klappen, aber natürlich nicht und irgendwann, das Ding quillt über oder ist schon vor einer Stunde oder so abgelaufen, das Programm und ich renne dann vorbei, sehe, hey, das Ding ist irgendwie noch nicht fertig, dann gehe ich ins Kinderzimmer, rüttle an seinem Computer, mache ihn nach und sage, Geschirrspüler, ich brauche nur diesen Task aufrufen, Geschirrspüler, und schon weiß er Bescheid, was da zu tun ist. Wir haben ihn irgendwann mal konfiguriert, also eingestellt, ja, das ist ein Taskbar, das ist genau dasselbe, was diese Tools hier machen. Ich habe nur irgendwann ihm mal beigebracht, okay, pass auf, das da nennt man Geschirrspüler, das ist ein Geschirrspüler und wenn der folgenden Zustand hat, also entweder die Klappe ist zu und da blinkt so eine Null, dann heißt das, mach die Klappe auf, das Ding ist voll, räume aus, pack es ein, oder wenn sich da oben drauf irgendwas türmt, dann nimm diesen Turm und schieb den da unten rein und mach das Ding an. Also eine ganz einfache, simple Aufgabenbeschreibung oder Konfiguration, die ich da gemacht habe und da reicht ein Befehl. Vaters kommt ins Kinderzimmer, guckt streng, Geschirrspüler. Und dann kann Vaters wieder gehen. Das ist Automatisierung, so funktioniert auch Automatisierung bei uns. Und es ist sogar einfacher, also das ist wirklich einfacher, als ein Kind zu programmieren. Okay, also ich denke mal, so ist klar, es ist keine Raketenwissenschaft, was ein Taskrunner ist, beziehungsweise wie der so im Grunde funktioniert. Ja, wahrscheinlich habt ihr euch ja auch schon, also ich denke mal, die Namen sind bekannt, aber ich will hier mal so ein bisschen durchs Programm gehen. Also der bekannteste, nehme ich mal an, und der verbreitetste, wo es die meisten Plugins, die meisten Packages gibt, ist Grunt. Grunt war auch mein Tool der Wahl, damals, als ich angefangen habe, also da kannte ich eigentlich auch nur Grunt, habe dann später von den anderen erfahren, und mit Grunt habe ich angefangen und habe das auch viele Jahre betrieben. Aber irgendwann bin ich abgesprungen, den zweiten kennt ihr wahrscheinlich auch, Galb ist dasselbe in, nee, nicht grün, sondern rot, gut, ist auch ein Taskrunner, inzwischen auch ordentlich, also mit allen Tasks versorgt. Ich habe da noch keinen Task gesucht, den ich eigentlich auch gefunden hätte, also da gibt es auch genügend Sachen, beziehungsweise Packages. Den kann man nehmen, habe ich auch eine ganze Weile benutzt, fand ich, also falls ihr die Qual der Wahl noch habt, falls ihr irgendwie fragt, ja, was ist jetzt so das Beste, Schönste und so weiter, also meine persönliche, das ist natürlich, jeder kann mit seiner Fasson glücklich werden, aber ich für mich habe festgestellt, Galb ist wesentlich, also zumindest in meinem Denken kommt das besser nach, also wesentlich schöner zu konfigurieren, also diese ganzen Pipes, die ich da so machen kann, das ist wesentlich smarter, würde ich sagen, als bei Grunt, aber muss jeder, müsst ihr ausprobieren. GALB sagt man, sei sogar schneller als Grunt, aber am Ende ist das eine Konfigurationsfrage, also wie du das Ding letztendlich einstellst und wenn du den so einstellst, dass der erstmal über dein komplettes WordPress-Installationsverzeichnis da watchen soll, ja klar, dann kriegst du jeden in die Knie, aber wenn du das normal vernünftig machst, also möchte ich sagen, habe ich da keinen Unterschied, also von der Schnelligkeit, ja, Galb, nein, ja und nein, aber so, wenn du es normal betreibst, würde ich sagen, merkst du nichts und wenn, dann ist das so, Bruchteil von Sekunden höchstens. Ich habe es aber auch nie gemessen. Also ich habe keine, ja, dritte, der auch noch so im Feld ist, habe ich immer nie benutzt, Brokkoli, sieht man ja wohl, Brokkoli schießt wild, dann, das ist aber jetzt ferner liefen, da gibt es ganz viele, Make, also Gnu-Make, da gibt es Rake, da gibt es, haben wir den? Jake, da gibt es, ach ich weiß nicht, ganz viele aus dieser Ecke, von denen, zu denen kann ich aber nichts, nichts sagen und die sind auch zum Teil für andere Systeme, also die sind jetzt für unseren Fall als Frontender jetzt nicht unbedingt, also so verschiedene Bildsysteme nicht zu gebrauchen. Den kannte ich auch noch nicht, Mimosa, ist mir jetzt tatsächlich erst in der Vorbereitung über den Weg gelaufen und da war ich sehr angenehm überrascht, also den werde ich mir definitiv in der nächsten Zeit nochmal selber angucken, weil das fand ich ganz smart, also wäre auch noch eine Option, aber ist wie gesagt auch nur einer von vielen, wobei ich, oder wo ich aktuell gelandet bin, ist nichts weiter, oder nichts anderes als NPM, das ist der, den ich selber in meinem täglichen Arbeit benutze, wie gesagt, nehmt was ihr wollt, das ist jetzt hier nur, das soll keine Bewertung sein, das ist hier nur eine Rundum-Show, ich selber komme inzwischen am allerbesten mit NPM, klar, ich weiß nicht, wer NPM, ein, zwei, drei, ja doch gibt es ein paar, aber für die anderen ist eigentlich ein Paketmanager, Node Package Manager, so wird es ausgesprochen NPM und ist eigentlich gar kein Taskrunner oder jedenfalls nicht als Taskrunner entwickelt worden oder konzeptioniert worden, sondern als Paketmanager, das heißt, das ist ein Tool, was dafür sorgt, dass irgendeine Software, die ich installiere, die nötigen Abhängigkeiten erfüllt. Das, was ich mir persönlich zum Beispiel von unserem Plugin-Repository oder von so anderen Sachen im WordPress auch wünschen würde, dass wir auch so eine Art Paketmanagement dort hätten und das ist hier einer, der für Node, Node, Node ist, Node ist, ja, eine Plattform, JavaScript, die ich serverseitig, also da kann ich serverseitiges JavaScript ausführen und wenn ich da serverseitig sozusagen irgendwelche JavaScript oder Programme installieren möchte, dann mache ich das mit diesem NPM. Dafür ist das Ding gedacht und allein, dass irgendwelche Leute, ich weiß gar nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, dass diese Feature, die dieses NPM mit sich bringt, ja auch genauso gut für, oder als Taskrunner benutzt werden können, das fand ich schon so verrückt, so freakig, so hipster, ja, muss ich das auch gleich mal ausprobieren und tatsächlich, also für mich, ich finde es inzwischen besser als GALB. Und da, by the way, der hat tatsächlich ein Problem mit der Performance, also hier ist es zu merken, der ist ein bisschen Hakels an einigen Ecken und Kanten, aber vielleicht bin auch nur das, bin das nur ich, also das weiß ich noch nicht, ich bin noch nicht so im Zipfel vertraut oder meiner, im Alltag, ich habe das ja erst seit dem letzten Sommer, Herbst, irgendwann habe ich mir das übernommen und mache damit meine ganzen Projekte, aber so richtig den Feinschliff habe ich da noch nicht. Wie auch immer, also ich möchte jetzt die Sachen, ich komme jetzt gleich zum How-To und ich möchte nur sagen, also das, was ich in dem How-To erkläre, erkläre ich mit NPM, auf Grundlage von NPM, aber anyway, das ist jetzt nur als Beispiel, ihr könnt diese Sachen mit jedem anderen Taskrunner genauso machen, also ob ihr nun Grunt oder Brokkoli oder GALB oder sowas benutzt, ist im Prinzip egal, unterscheidet sich natürlich in der, ja sagen wir mal, Syntax von der Konfiguration, aber das Ergebnis ist in jedem Fall dasselbe, also da müsst ihr nicht, aber es geht jetzt nur um mal, um zu zeigen, was geht oder wie das geht. Und egal, ob ihr GALB und Grunt benutzt oder eben NPM, was ihr auf jeden Fall braucht, wir kommen zum How-To, wie geht es los, wie starte ich, also ich möchte jetzt mal das ausprobieren mit Taskrunner, wie starte ich. GALB, Grunt, NPM sind natürlich Anwendungen, die auf Node, Node.js laufen, also wenn ihr sowas machen möchtet, braucht ihr in jedem Fall Node, ihr müsst euch Node installieren, das ist aber auch keine Hexerei, das ist im Prinzip recht simpel, ja relativ einfach, wie gesagt, und das Schöne ist, wenn ihr Node installiert, habt ihr NPM mit dabei, also ihr müsst nur Node installieren und dann habt ihr NPM, könnt ihr das sofort loslegen damit. Da habe ich jetzt noch unten die Links, also wer das mal für später haben möchte, ich habe auch, also die wird natürlich veröffentlicht und auf der Website bei mir und natürlich hier wird das dann, also die ganzen Links und so weiter, die kriegt ihr dann alle noch richtig gelinkt. Also es gibt, das ist ein bisschen besonders, für Linux muss ich über diese GitHub Adresse dort gehen, da gibt es ein Package, also ich nehme mal an, die meisten von euch, wenn überhaupt Linux, Ubuntu sowieso und das ist, oder Fedora, was auch immer, kein Problem und alle anderen, die haben es sogar noch einen Ticken einfacher, also macOS und Windows, da gibt es dann direkt von, auf der Node.js Seite ein Installer-File, das könnt ihr euch runterladen, starten und ihr seid schon dabei, also die Installation, das dauert keine 5 Minuten, besser noch als WordPress selber sozusagen. Also das ist die Basis, wenn ihr das machen müsst, braucht ihr in jedem Fall Node, ihr braucht in jedem Fall NPM, auch für die anderen, für GALB und für Grunt, braucht ihr sowieso auch NPM. Das ist ja der Witz an der Sache, dass sie dann, oder dass viele dann gesagt haben, von den Frontenden, naja Moment mal, wenn NPM auch das kann, was GALB kann, wieso brauche ich dann GALB eigentlich noch? Dann springen die meisten ab oder gehen dann halt runter und so ist das auch bei mir, also es wird dann auch viele Sachen wesentlich einfacher dann zu managen. So, also wir haben uns jetzt Node auf unserem Server, also auf dem lokalen Server installiert und NPM ist jetzt auch mit dabei, jetzt haben wir irgendwie unser kleines Testprojekt, unsere kleine Sache, wo wir uns mal so ein bisschen dran rumspielen wollen. Wie geht's los? Was muss ich tun? Was sind die Steps? Schritt Nummer 1, na klar, ich muss, ich gehe erst mal auf mein Verzeichnis, also in dem Fall, wenn wir Themes entwickeln, also wenn ich ein Theme entwickle, dann habe ich irgendwo mein Entwicklungs, sorry, Theme Client und dann nenne ich das irgendwie Theme Example zum Beispiel oder Theme XY, was auch immer und da gehe ich dann rein in dieses Verzeichnis, also das muss ich dann sozusagen öffnen, achso, ich gehe natürlich nicht mit eurem Dateimanager oder Explorer, den ihr da habt, sorry, das hätte ich noch sagen müssen, das Ganze findet auf der Konsole, auf dem Terminal statt, also ihr müsst ja mal so ein bisschen ins kalte Wasser springen, macht mal euren Terminal auf und dann könnt ihr diesen ganzen Spaß dort machen. Auch ich war früher eher so ein GUI-Typ, also habe lieber mit der Maus mir alles ruckzuck zusammengekleppert oder hatte meine Tastenkombination, die habe ich jetzt auch die Tastenkombination, aber die Maus ist so ein bisschen arbeitslos geworden und tatsächlich auch das arbeitet sich viel flüssiger, viel schneller, also kann ich zumindest viel besser arbeiten. In jedem Fall, ihr müsstet quasi im Terminal in euer Verzeichnis reingehen, wo ihr das Theme angelegt habt und dort braucht ihr nichts weiter als dieses npm init, diesen Befehl eingeben, ändern und dann läuft da so ein automatisch so ein Batch durch, die fragt euch nach einem Namen, eigentlich braucht ihr bloß Enter, Enter, Enter drücken und dann willst du das wirklich, ja, zack, Enter und dann ist das npm initiiert sozusagen, ist das angelegt. Woran erkenne ich das? Dann werde ich nämlich Punkt 2 in meinem Root-Verzeichnis, wo ich das Theme angelegt habe, also in dem Einstiegsverzeichnis von dem Theme, werde ich diese Datei Package.json finden. Package.json. Die kann man sich dann aufmachen und so sieht sie dann aus. 12 Zeilen, 11 Zeilen Code, wo einfach nur, das ist jetzt nur Standard, also ich habe einfach nur Enter gedrückt und das war's. Wenn ihr noch nie eine JSON-File gesehen habt, das macht nichts, lasst euch nicht beeindrucken. Man muss einfach nur verstehen, sozusagen die Struktur, so ein bisschen auf sich wirken lassen, darüber meditieren. Dann seht ihr, okay, da gibt es irgendwie so einen Rapper, so eine große Klammer und da ist irgendwie der Name, da machst du halt irgendeinen Namen rein, dann kommt da eine Version, dann gibt es eine Versionsnummer ein und so weiter und so fort. Und für uns interessant ist diese Zeile 6, Scripts, also Scripts und alles, was da drin steht, in dem Fall, das ist so eine Standardgeschichte, Test, vergisst, was da steht, aber dort, wo Test steht, das ist unser Task. Also der Task in dem Fall, der heißt Test und der Befehl, der da ausgeführt wird, ist dann da in dieser, rechts in dieser Reihe dort drin, aber das, was da steht, ist jetzt erstmal egal, sondern ihr wisst nur, aha, meine Tasks bei NPM schreibe ich dort rein. So, habe ich das erstmal so verstanden, also nur erstmal so sacken lassen sozusagen, geht es weiter, ich muss meine Pakete einladen. Ich habe jetzt einen Taskrunner, okay, das ist NPM, also erinnert euch, Taskrunner, das ist mein Sohn, mein Sohn weiß aber noch nichts vom Geschirrspüler, der kann mit dem Geschirrspüler noch nichts anfangen, hat den noch nie gesehen und hat keine Ahnung, dass man da eine Klappe aufmachen muss und dass man da das dreckige Zeug rein und das Saubere wieder rausräumt. Das muss ich ihm ja irgendwie beibringen, das muss ja irgendwie sozusagen so ein Ablaufprozess, so und da gibt es verschiedene Packages, sogenannte Packages, die halt irgendwelche Dinge können und ich habe mir jetzt hier so als Zeigebeispiel gemacht, das Package Autoprefixer, habt ihr vielleicht auch schon gehört, Autoprefixer. Es gibt ja diverse CSS-Auswerte, Anweisungen, die laufen nicht unbedingt so wie sie sind in jedem Browser, die brauchen halt so einen sogenannten Prefix und jetzt jedes Mal, wenn ich, was weiß ich, was habe ich hier als Beispiel genommen, Transform oder irgend sowas, wenn ich Transform-Anweisungen mache, dann muss ich jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, für Mozilla oder für wen auch immer, da noch so ein extra Prefix drüber schreiben. Das will ich nicht, das will ich automatisieren und dafür gibt es das Package z.B. Autoprefixer. Und damit das auf meinen Computer kommt, wieder ins Terminal einfach und dort, wo ich diesen init-Befehl vorhin gestartet habe, schreibe ich jetzt rein npm, also mit npm rufe ich npm halt immer auf, weiß der Bescheid. Install, also weiß er, okay, er muss was installieren. Dieses Save Dev, schreibt das einfach rein, das ist jetzt egal, warum das da so steht und das, was ich da in Klammern geschrieben habe, da schreibt ihr dann in dem Fall Autoprefixer rein, entern, kurz warten und dann ist Autoprefixer in euer Verzeichnis oder dann kann npm diesen Autoprefixer benutzen. Dann weiß es, okay, was es zu tun hat, wenn ich den aufrufe. Jetzt gucken wir uns noch mal die Package, äh, die, 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 genau. Jetzt seht ihr hier unten auf Zeile 11, 12, 13 hat er so ein Dev Dependsives angelegt und da steht jetzt unser Autoprefixer drin und rechts daneben ist die Versionsnummer. Anyway, was da steht, ist egal, das ist der Package Manager, der weiß, okay, was für eine Versionsnummer und wenn es das nächste Mal updatet oder so, darf ich die updaten oder nein, da gibt es eine Abhängigkeit, bla, bla, muss euch aber nicht interessieren. Ihr wisst nur, okay, ich habe jetzt meinen Autoprefixer installiert und das macht ihr zum Anfang, wenn euer Projekt beginnt sozusagen, dann überlegt ihr, okay, was brauche ich alles, okay, ich will, also ich brauche halt Prefixes, dann nehme ich den Autoprefixer, ich will meinen Browser aktualisieren, dann nehme ich irgendwie so ein Browser Reload Tool, ich will irgendwas konkatenieren, dann nimmt ihr also ein Konkateniert Package und so weiter und so fort, installiert die einmal da rein und das war's. Dann könnt ihr, dann habt ihr sozusagen eure Grundeinstellungen, gemacht und jedes Mal, wenn ihr das Projekt weiterarbeitet, eine Woche später, ein Jahr später, wann auch immer, sind diese Sachen ja schon installiert und ihr könnt einfach mit den Dingern weiter machen. So, und dann kommen wir zum spannenden Teil. Okay, wir haben jetzt sozusagen npm, den Autoprefixer installiert, jetzt wollen wir uns natürlich mal um die Skripts, beziehungsweise Tasks, also Skripts ist quasi Synonym zu Tasks, im Pfeil steht natürlich Skripts, aber das sind unsere Tasks, die da abgelegt werden. Du wolltest was? In jedem Theme hast du dein eigenes, zwei Theme entwickelst, hast du da in jedem Theme keine Prefixes drin oder hast du irgendein globalen? Nee, 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 in jedem Theme hast du dein eigenes, also du musst jedes Mal, wenn du ein Theme anlegst, legst du die rein, ja gut, kann ich dir jetzt nicht zeigen, ich habe aber einfach so ein, mir als Snippet abgelegt, dieses npm install, da habe ich mir alle, die ich sowieso immer benutze, also Autoprefixer sowieso, das sind so die Standardsachen, so wie man vielleicht, wenn man ein neues WordPress installiert, immer seine Standard-Plugins hat, die man sowieso jedes Mal mit installiert, so habe ich mir so einen Einzeiler geschrieben und den haue ich einmal rein und dann sind alle Prefixes da, äh, alle Packages installiert. Also das musst du schon für jedes Projekt natürlich neu konfigurieren, du hast ja auch, was weiß ich, beim Deployen, bei dem einen willst du es hier hin, bei dem anderen willst du es dahin deployen oder da hast du irgendwelche Filter vielleicht, die du mal setzen willst, Abhängigkeiten, und die unterscheiden sich ja schon von Projekt zu Projekt. Im Prinzip kannst du das copy-and-pasten und kannst das dann anpassen, aber das ist nicht meine Empfehlung, ich würde das jedes Mal neu blank installieren. Aber die Packages sind ja noch keine wahrscheinlich. Genau, die liegen einfach. Jedes Mal eben im Prinzip. Zeige ich, ich hoffe, ich hoffe, ich komme noch. Also, hier nochmal kurz gezeigt, das sind jetzt, das ist so meine, was ich gerade sagte, meine Standard, was ich ohne nachzudenken, worum es eigentlich in dem Projekt geht, sowieso erst mal jedes Mal mit installiere, beziehungsweise, was ich schon vor defiliert habe, da habe ich hier oben den ersten Task Sync, da will ich halt bestimmte Dateien von A nach B übertragen, also zum Beispiel von meinem Dev-Verzeichnis auf das Bild, also auf das Testverzeichnis und so weiter. Das kann ich beim Syncen einschalten. Da seht ihr auch, da ruft er mir so eine Datei rsync-wrapper.js und in dieser Datei habe ich nochmal genau konfiguriert, welchen Filter möchte ich haben und so weiter und so fort. Ist aber jetzt zu viel des Guten hier. Post CSS, das ist ganz wichtig, also wer irgendwie was, ja, mit CSS, also arbeitet, mit irgendwelchen Sachen, ich benutze eben hier in dem Fall Post CSS und habe jetzt hier, wenn ihr guckt in der Zeile Post CSS Use, also dieses Flag U da und dann kommt der Auto-Prefixer. Also wenn ich diesen Post CSS starte, dann ruft er mir auch den Auto-Prefixer auf, dann habe ich hier noch dieses Post CSS Sorting, also das ist das Package, was schön alphabetisch mir meine Anweisungen sortiert. Da kann man auch andere Sortierreihen folgen, wie ihr das gebrauchen könnt. Pre CSS, da kann ich halt, ja, wenn ich, wie soll ich das erklären, wenn ich jetzt irgendwelche Styles habe, die mal wieder der Safari oder der aktuelle Internet Explorer noch nicht kennt, dann kann ich da so eine Art Workarounds mit reinbauen. CSS Nano, das ist so ein Minification Tool, was mein CSS File minifiziert und da noch so ein Mapping draus macht. Anyway, und dann geht das von Build CSS Example zu SSC, also zur Source, nee, Quatsch, von Source Example, also ganz rechts, zu Build wird das dann übertragen. Das sind jetzt, in dem Fall ist es eine Datei, da kann ich auch noch verschiedene andere Sachen, ich kann auch ganze Verzeichnisse und so weiter und so fort das machen. Browser Sync, das ist der Task oder das ist das Package, was dafür sorgt, dass ich nur mit einmal scrollen in einem Browser, dass sich dann auf diesen anderen Browsern das da auch alles bewegt und macht und tut. Watch Sync, okay, also Watch ist dann immer der Task, der aufpasst auf die bestimmten Verzeichnisse oder Dateien oder irgendwelche Sachen, die ich definiere, dass jedes Mal, wenn ich da speichere, automatisch dann irgendwelche Tasks gestartet werden, also das ist wie so ein Meta-Task, was ich dort habe, also alles, was in diesem Watch als Task definiert ist, das seht ihr ja da in der Fall, Watch Sync, Post CSS und Browser Sync wird gestartet, sobald ich speichere, also wenn ich mein File speichere, dann laufen diese anderen Tasks, werden die angestoßen durch diesen Watch Task. Das ist jetzt mal so ganz grob, also ich will euch auch nicht, dass es jetzt hier nicht so überfährt, das kann auch wesentlich länger werden, das ganze Pfeil, also da ist eigentlich der Fantasie dann keine Grenzen gesetzt. Sind wir schon bei fünf Minuten? Ne, gut. Let's try. Moment, kurzer Umbau. Ich hoffe, das geht jetzt hier alles so, wie ich das machen möchte. Seht ihr was? Achso. Seht ihr was? Ja. Und so sieht das Ganze, ne, das wollte ich jetzt nicht zeigen, dann kann ich das jetzt hier wechseln. Hallo? Achso. Und das ist jetzt hier mein, achso, also ihr seht hier meine IDE, wie man es halt kennt. Links habe ich die ganzen Files aufgelistet, also Example ist mein Theme, sag ich mal, mein Theme-Verzeichnis und da gibt es drunter ein Bild-Verzeichnis, also das ist das, wo es hinfliegt und von dort aus kann ich es auch auf den Kundenserver oder wie auch immer verteilen. Mba Project könnt ihr ignorieren, das ist einfach ein Config von meinem IDE. Dann habe ich dort ein Verzeichnis Node. Ich habe das jetzt hier so. Hier, das zeige ich jetzt nur mal, sind all diese ganzen Packages, die ich hier so installiert habe, also da sind Packages und Sub und Sub und Sub-Packages, aber da müsst ihr ja eigentlich nicht reingucken, das ist jetzt nur, und das sind die Dinger, die kannst du dir auch nehmen, weil da deine Frage war, das könnte ich jetzt kopieren und in ein anderes Verzeichnis rein und das nochmal initiieren und dann läuft das, aber muss man nicht haben und da macht man manchmal, aber ich weiß, was man macht, mehr kaputt als alles andere. Dann habe ich hier noch einen, das ist auch spannend, aber es ist für später mal, wo ich bestimmte Tasks nochmal genauer definiere, das will ich nicht alles in dieser Package-JSON haben, das habe ich da jetzt drin, deswegen ignore erst mal, was mit dem, und das eigentlich Spannende ist dann hier mein SRC, also Source-Verzeichnis, das ist mein eigentliches Arbeitsverzeichnis, da drinne code ich, da drinne schreibe ich und da habe ich jetzt hier so ein Verzeichnis CSS und hier ist meine Example-CSS, also das ist die Datei, in der ich normalerweise dann arbeite. Und hier ist, by the way, nochmal diese Package-JSON-File, also das, was ihr hier auch rechts gerade sehen könnt. So ist eine Standard-Package-JSON von mir, wenn ich das mit, wenn ich anfange, wenn das Projekt beginnt, dann habe ich erstmal so meine Dinger, die ich sowieso immer benutze und ihr seht, also ist egal, was da jetzt ist, ihr seht hier unten, scrollen, seht ihr wieder diesen Skripts und da sind meine Tasks drin. Das ist im Prinzip dasselbe, was ihr eben schon in dem Screenshot gesehen habt und das ist eigentlich das Spannende an diesem MPM, das kann ich dort reinschreiben und ich kann das noch verketten und tausend Sachen halt mitmachen. So, noch spannender, umschalten. Was ihr jetzt seht, ich habe jetzt mal diese Datei-Example, also da, das habe ich jetzt hier mal rechts aufgemacht, diese Example-CSS, oben irgendein Kommentar, ist egal, ist jetzt von, ich glaube von Underscore oder so und das einzig Spannende ist hier diese kleine Dreizeiler hier, hier habe ich ein A-Element, also ein Anchor-Tag und schreibe hier irgendein Transform-Rotate 45 Grad und das habe ich jetzt geschrieben. gut, es ist jetzt erstmal schön, so, wir waren ja beim Auto-Prefixer und das ist jetzt so ein Standard-Element, wo man, wo der Auto-Prefixer, wo ihr einen Auto-Prefixer verwenden solltet, wenn ihr für möglichst alle möglichen Browser das auch verwendbar machen möchtet. also das habe ich jetzt hier reingeschrieben und früher hätte ich jetzt diese Prefixe, ich glaube zwei oder drei müsste ich jetzt dafür definieren, musste ich die schön von Hand reinschreiben oder ich hatte mir dann mal so ein Snippet gemacht und habe die dann so reinkopiert und habe dann bloß noch die Wellen, also die Werte dann eingetragen, braucht ihr alles nicht mehr machen, sondern was ihr eigentlich nur machen müsst, ist hier speichern und dann könnt ihr gleich mal gucken, wenn ihr jetzt hier in meinem Bildverzeichnis, also da wo die Maus jetzt ist, zack, da oben, kann man das hier markieren, also da ist jetzt noch leer, das Verzeichnis ist jetzt noch leer, so, jetzt wollen wir mal gucken, ob das auch so klappt, also ich habe jetzt hier geschrieben, ich muss jetzt hier einfach mal, ich darf das ja, ist ja die letzte Zeile, das Semikolon wegmachen, einfach nur damit ich was verändere in dem Code, sonst funktioniert das hier nicht. So, ich habe jetzt hier Code geschrieben, sagen wir mal, hier diese Transform-Geschichte da reingeschrieben, speichere, Achtung, Ctrl-S, zack, achso, Anfänger. Natürlich, ich muss ja meinem Watch, genau, ich muss ja meinem Sohn sagen, der kommt ja nicht von alleine auf die Idee, okay, jetzt ist hier mal Zeit, irgendetwas zu machen am Geschirrspüler, ich muss den ja erst mal starten. das ist ganz gut, dann seht ihr das auch gleich, also wie startet man das, da gehe ich jetzt, in meinem Fall, ich mache das jetzt mal über die IDE, jetzt nicht im Dings, so, hier habe ich jetzt meine ganzen Tasks, und hier, Watch, das ist mein wichtigster Task, den starte ich, einfach indem ich da drauf, es kommt da unten irgendwas, bla 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 bla, genau, ist gestartet, achso, hier, seht ihr übrigens, das war ja vorhin auch noch eine Frage, ist das schwer, achso, einfach dreimal klicken, hier zum Beispiel dieses HTTP, Localhost, bla bla, könnte ich jetzt in meinem, wenn ich in dem Netzwerk natürlich nur drinne bin, in meinem Smartphone, in meinem Tablet und wo auch immer eintragen, und diese Seite wird dann immer quasi mit aktualisiert, also das wird dann immer, genau, ich kann das auch konfigurieren, ich kann jetzt auch irgendein Domain, was auch immer, was ich da auf meiner Umgebung habe, Vagrant, was auch immer, also da könnt ihr euch austoben, hier in dem Fall, das ist jetzt nur Localhost haltend. Und genau, das muss natürlich in meinem lokalen, letztendlich im lokalen Netzwerk vorhanden sein. So, also ich habe jetzt hier mein Watch gestartet, das hier ist jetzt auch erstmal egal, schreibe hier meinen Code, jetzt kann ich es wieder ordentlich schreiben, mit, habe ich es geschrieben, genau, jetzt habe ich, und seht ihr, tata, haben wir einmal die Example CSS und die Example Map. Jetzt machen wir die mal auf. So, und so sieht jetzt der Code danach aus. also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier suche, oh man, über Kopf arbeiten. So, links vorher, rechts nachher. In dem Fall ist es nur eine Zeile, jetzt sieht das irgendwie ein bisschen mehr aus, auf der Seite, aber stellt euch vor, ihr habt jetzt links, ich weiß nicht, Standard, hat irgendwie was um die, tausend Zeilen CSS Code und so weiter, dann ist das auf der rechten Seite aber wesentlich kompakter, das ist alles minifiziert, und ihr könnt sehen, rechts hier hat er mir für WebKit, da hat er ein Prefix herangeschrieben, hat er noch mehr, ne, also hat er mir gemacht, und er hat mir noch gleich ein Source Map mit herangehängt. Das ist ja diese CSS Map-File, heute Abend habe ich Genickstarre, also so sieht dann nochmal dieses Map-File aus, das will ja niemand ernsthaft irgendwie, stopp, 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 Ich glaube, wir könnten dir noch stundenlang zuhören. Alles klar, wir müssen uns natürlich beenden, aber ich denke, ihr habt jetzt erstmal so das Grundprinzip gesehen, und vielleicht auch verstanden, hoffentlich verstanden, worum es geht, eigentlich wären jetzt noch Fragen dran, aber ich glaube, das können wir, dürfen wir nicht mehr, ich bin ja noch hier, bis Montag einschließlich, also fragt mich, Löcher in den Bauch, und ansonsten, schönen Tag, und danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank.